Jasmin Wagner, 42, hat den Appetit auf diese Lebensmittel verloren. Die Sängerin, die früher noch als Blümchen bekannt war, gab im Juli dieses Jahres niedliche News bekannt, sie erwartet ihr erstes Kind. Mittlerweile ist das auch nicht mehr zu übersehen, denn bei Auftritten präsentiert sie ihre Kugel. Hat die Herz-an-Herz-Interpretin eigentlich auch Gelüste? Das ist Jasmin derzeit am liebsten. Im Interview mit Bild sprach sie über ihre Schwangerschaft und gab interessante Einblicke. Hunger auf Dessert hat die 42-Jährige momentan so gar nicht. Süßigkeiten und Kaffee sind für mich völlig uninteressant geworden in der Schwangerschaft. Im Endeffekt sorgt mein Baby dafür, dass ich mich sogar noch besser ernähre, lachte Jasmin. Schöne, Schöne, Schöne und Schöne und Familie. Vielen Dank für die Zuschauen. Vielen Dank.